Kein Bock auf Langeweile, aber kein Plan, was du machen sollst? Stell dir ein Team zusammen und spielt einen echten Escape Room, ohne rauszumissen. Kontrolliert dabei einen Charakter, in dem ihr ihm sagt, was zu tun hat. Nimm die Regel Nummer 1. Trefft euch zum Spielen oder verbindet euch online, egal von wo. Berühre die Lichter und den Zauberstafel. Ob mit euren Freunden oder eurer Familie, unsere Spiele sind auf allen Geräten online verfügbar. Geht einfach auf unsere Seite, sucht euch ein Spiel aus und startet euer Abenteuer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017